Ich fühle mich in meiner Arbeit vor allen Dingen dann bestätigt, wenn Patienten sich bei mir sicher genug fühlen, um in Situationen, wo sie sich mit Problemen und Defiziten auseinandersetzen müssen, zugleich auch meine Hilfestellung annehmen können. Auch schön ist es, wenn Patienten, die ehemals auf der Station waren, sich telefonisch melden, um sich bei einem selbst als ehemalige Bezugspflege bedanken zu wollen, da sie ein sicheres und straffreies Leben mittlerweile führen kann. Bei meinen Aufgaben ist es aber auch so, dass man in herausfordernden Situationen geraten kann. Ob es ein Patient ist, der selbstverletzendes Verhalten zeigt oder ein Patient ist, der fremdaggressives Verhalten zeigt. Und gerade da ist es wichtig, auch im Team richtig handeln zu können. Mein Name ist André Piepenbring. Ich arbeite in der LVR-Klinik Bettburg-Hau als Pflege- und Erziehungsdienst in der Forensik. Die LVR-Klinik Bettburg-Hau hat mehrere forensische Abteilungen, wo psychisch kranke und oder suchtkranke Menschen untergebracht und behandelt werden. Meine Aufgaben als Pflege- und Erziehungsdienst in der Forensik ist das pflegetherapeutische Handeln, was sich in drei Bereichen unterteilt. Zum einen den Behandlungsraum schaffen, zum anderen einen Lebensraum schaffen durch Soziomilieotherapie. Und zum dritten auch die Sicherheit bieten. Und anhand dieser Aspekte versuchen wir den Patienten in die Lage zu bringen, in Zukunft ein straffreies und sicheres Leben zu führen. Zu meinen Aufgaben gehört es, mit den Patienten zusammen Bezugspflegegespräche zu führen und auch gemeinsam mit ihm Pflegeplanungen zu bilden oder auch Beratungsgespräche zu führen. Aber auch auf der Station Strukturen und Gemeinschaft zu bilden und zu sichern. Und ganz wichtig ist es auch, Werte und Normen zu vermitteln, um auch so Eskalationen oder Selbst- und Fremdverletztesverhalten zu mindern. Ich bin ausgebildeter Altenpfleger mit der Zusatzqualifikation zum Praxisanleiter, weshalb ich auch Auszubildenden ihrer Praxis begleite, aber auch neu eingestellte Mitarbeiter in ihrer Einarbeitung. Ansonsten sind in meinem Team aber auch Pflegefach Männer und Frauen, Erzieherinnen und Pflegeassistenten. Es ist wichtig, wenn man dort arbeiten will, dass man gewisse Fähigkeiten wie wertfreies Denken und Handeln, gewaltfreie Kommunikation und ganz wichtig das Ausstrahlen von Ruhe mitbringt. Und das ist wichtig, wenn man ein paar Voraussetzungen erzeugt, ist es wichtig, wenn man einen H最idelity Einbewegungen hat, habe ich einen Spaten, einen Sprechraum aufgestellt und einen Sprechraum aufgestellt. Vielen Dank.